Es ist sehr interessant, weil es ist nicht nur meine Vision. Es gibt andere Leute, die ein Teil davon werden und die bringen etwas, was fremd ist, zur eigenen Vision. Und wenn diese Fremd ist, ist fremd genug, um etwas Neues zu erzeugen, in meiner Vorstellungskraft, dann wird es interessant. Zuerst man hat natürlich eine generelle Idee von was man tut. Und man hat vielleicht sogar eine Interneale Struktur vor die ganze Sache, oder eine Wissen über wie das sein wird, oder die Richtungen, die Wunsche. Und jede Minute bringt viel mehr Klarheit, oder auch viel mehr Fragen zugleich. Eine von meinen wichtigsten Ideen, oder Wunsche für dieses Stück ist, ist, dass der Saal wird von hören her, dass es wirklich lebendig wird. Dass man hört von allen Richtungen, man hört sehr viele Schichten von Klang im Saal. Und obwohl die deutsche Oper ist unheimlich groß und verbreitet, eigentlich, die Klang dort kann unheimlich äntin sein. Und das war eine große, große Entdeckung.